Ich fahre einfach an einem, yo, ich fahre einfach an einem, was ist das? Was ist denn da für Beleuchtung? Ja, ein bisschen Gold, wie immer, ja, ein bisschen. Ja, na klar, na ja, 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 du bist so laut, ey. Und hier, und, schiffen, sag mal, und schiffen, ja. Mit, mit dir, ey, abschauen, ey. Mein Gott, ja, oh, ja, das ist nie, ey, endlich. Nein, der herrn geht, das ist ja auch ein Film. Warte, ne, ich denk hier, war Goldens Ding, ja. Okay, ich fahre irgendeine Farbe. Ne, warte mal. Lassen wir mal, lassen wir mal, Zubehör, Hammer, jetzt nichts mehr, Felge wollen wir nicht, Karosserie, gibt's noch was Neues? Ne, noch nicht. Okay, jetzt sind wir eigentlich durch, ey, mit dem Gepimper. Was sagt die Rennkarte? Sprint. So, und ich mach dich jetzt erstmal ein bisschen leiser. Bevor der komplett wegrages. So, und jetzt würde ich sagen, weinen wir das Auto mal ein. Let's go. Oh, Toyota, super. Toyota, super. Oh, da ist der Skyline, ey. I gotta need a speed. Oh ja, ich merk schon, ey, der geht doppelt so, der geht richtig ab jetzt. Warum starten die alle besser als ich immer, hä? Ja, du Appel, ey. Oha, die Lenkung aber vom Supra ist richtig für den Arsch. Merke ich jetzt, ey. Die Lenkung ist ja richtig mies. Das muss man sich ja richtig hart rangehören. Die greift irgendwie übelst verzögert dann. Bestimmt wegen Heckantrieb so hart. Ich wette, der Mazda, der hat Frontantrieb gehabt. Boah, Alter, ey, harte Nummer mit dem Auto hier zu fahren. Die Clips wär bestimmt besser gewesen, ja. Aber wenn das nix wird mit dem Auto hier, dann wechsle ich auch wieder zurück, ja. Das ist weg, schon mal. Mach dich weg, schon mal. Aber er drifte, er geht immer so leicht in Drift rein, bei einem bestimmten Tempo. Das ist ganz nice. Oh, die Lenkung greift nicht so gut. Das merkt man sofort, ey. Das fühlt sich sehr, sehr schwer an, das Auto, ey. Ich bin hier nie gefahren, ey. Nies, ey. Gut, aber Sieg. Jo, ey, Andi. Äh, Andi das Boy, man. Ich wünsch dir was, ne? Schlaf gut. Habt mich gefreut. So. Und wir sind wieder auf einem neuen O-Star. Schön. Zeitbar, let's go. Ah, der ist überall gefällt mir nicht so gut. N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n. Wow. Junge, was ein Abflug. Jawohl, dreh dich noch dreimal in der Luft. Äh, muss sein. Optimaler Start. So muss sein. Wow. Okay. Fast an dem Scheiß. Fast. 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 F пос bed Èр goingї für Dich? Fast. Ah, noch 30 Sekunden, boah, das wird so knapp, wegen dem zwei fetten Umfällen dann, das wird so knapp. Mies, mies ey, das Auto ist schwierig zu fahren, oder beziehungsweise ist scheiße zu fahren, nicht schwierig, die Lenkung ist einfach für den Arsch, die Lenkung ist richtig für den Arsch. Mit Matz hat er auch mit den Umfällen geschafft, 100 Pro. Shit. Yo ey, egal wie, der fliegt trotzdem durch die Gegend, oder was? Was für ein Scheiß. Wieder den perfekten Start hingelegt. Andi, du weißt schon, dass du nur Cheetah Pokémon bei dir hast. Palkia, hast du Palkia im Team? Hast du Palkia im Team, Andi? Alter, schau mal, man hat hier nur die fettesten Pokémon reingepackt. Ach, 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 ach. Da, 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 da. In der reinehepackt. Alter, da, da! ASG Wer hat den dummen Väter? Warum was? Oh, er hat grad so geschafft, ey. Alter Schwede, ey. Jo, Nacht, Nacht. Doch, jetzt haben wir nach einer guten Nacht gesmaukt, jawohl, ey. Alles gut, ey. Puh, Junge, das Auto ist ne Kacke. Ich hab dir was Tolles für deinen Wagen versprochen, wenn du gewinnst, oder? Ja, dann zeig mal her, was gibt's denn schönes? Ein paar Blitze, ne? Äh, Schlange. Was hab ich denn früher immer genommen, ey? Ich glaub, ich hab früher die Schlange genommen, ey. Ein Drache ist natürlich auch nice. Irgendwie hab ich den Drachen, ne? So, ich glaub, ich muss nen anderen Wagen kaufen, weil das geht ja gar nicht, ne? Das ist ja ein riesen Dreckskack. Ich nehm den Eclipse jetzt mal und guck mal, was mit dem abgeht. So, Rush Hour. Drei Runden. Turnier. Ey, Alter, hab ich schon über 70, äh, Rennen gemacht. Das geht gar nicht mehr so viel, um das durchzuspielen, ey. Heißt noch ein Stream? Würde ich sagen. Ein, let's streamen hab ich durch mit dem, mit dem Ding. Gucken wie der Clip so ist, ey. Boah, geiler Start, ey. Geiler Start, ey. Mich schon gefreut. Gutes Handling. Ja, doch, der ist auf jeden Fall, der ist gut. Der macht viel mehr Laune als der Super. Na ja, die behalten wir den Eclipse. Bis der Skyline kommt. Ja, du. 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 Ja, du. Du. Ich bin, du. Verkehr, wie er immer Verkehr singt, oh fuck, da habe ich die Lichter abgelengt, ja, okay, ja, okay, oh, 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 der war richtig gut genommen, alter, die Kurve war richtig genial Ja, genau